Seit 1993 entwickelt und fertigt EAAT Magnetlager für unterschiedlichste Anforderungen in der Industrie, Prüfung und Forschung. Ein Magnetlager arbeitet berührungslos und ist daher absolut verschleißfrei. Magnetlager eignen sich hervorragend sowohl für Vakuum-Anwendungen als auch unter atmosphärischen Konditionen. Dabei können Magnetlager ein breites Drehzahlspektrum abdecken. Magnetlager von EAAT ermöglichen eine direkte Lagerüberwachung und über die Reglerelektronik die Einstellung von Lageparametern im laufenden Betrieb. Schwingungen und Unwuchten eines Rotors können mit unseren Magnetlagern aktiv gedämpft werden. Auch die Steifheit eines Lagers ist im Betrieb variierbar, wodurch rotordynamische Effekte besser beherrschbar werden. Mit einem Magnetlager ist die elektrische und mechanische Isolation zwischen Lager und gelagertem Körper gegeben. Magnetlager haben heutzutage ein breites Anwendungsspektrum. Sie werden zum Beispiel in Turbolader-Prüfständen, Kompressoren, Vakuum-Anwendungen, Werkzeugspindeln, rotierenden Energiespeichern und Turbinen eingesetzt. Die Spannweite der Entwicklung von Magnetlagern bei EAAT reicht von Antrieben mit sehr hohen Drehzahlen mit 250.000 Umdrehungen bei kleiner Masse wie beim Hochgeschwindigkeitsmotor ML140 bis hin zu Magnetlagern für Turbinen mit einer Radialkraft von bis zu 50 Kilo Newton, einer Schaftlänge von 4 Metern und einem Wellengewicht von 2,5 Tonnen. Für den Bereich der Prüftechnik wurde von EAAT ein Magnetlager gebaut, mit dem eine rotierende Welle auf einer elliptischen Bahn im Magnetlager geführt werden kann. Diese vom EAAT entwickelte innovative Technologie wird als Exzenter-Prüfstand der nächsten Generation zur Prüfung von Spannungen in einer Vielzahl von Wellen durch Ablenkung durch ein Magnetlager eingesetzt. Das Team von EAAT setzt seit vielen Jahren neue Maßstäbe bei der Entwicklung und dem Bau von Magnetlagern. Unsere Erfahrungen aus über zwei Jahrzehnten Praxis nutzen wir, um Magnetlager für die unterschiedlichsten Branchen in verschiedensten Ausführungen zu fertigen, immer präzise an die Wünsche unserer Kunden angepasst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017